Ah, Bellwoll, ohne Ula, bitte. Wir haben eine Supermarchäe aufhuse gesucht. Es geht der Wahn, und trotzdem sind alle auf drei Jahre gerannt über die Moselle. Nicht einmal die Leonidas, als in 300, knippe ich schon, und nicht mehr wie zwei Meinten ausgehauen. Das war nicht der Bellwoll, was Lydia Mutsch uns versprach hat. LIDIA! Stimmt, Dad. Das tue sie immer mit dem Bus bei der Portage vor, um es wieder zu können, um den Kaufhof zu gehen. Weiß wird, wie gestorben, da drüber steht, Hagen? Hä? Ich gehe in Deutschland aus dem Helikopter. Ich gehe in Deutschland aus dem Helikopter. Ich gehe in Deutschland aus dem Helikopter. Ich gehe in Deutschland aus dem Helikopter.